Hier we go, Hatchimals Who will Hatchim ever know Here we go, Hatchimals ZBrush, hättest du nicht lieber so dünne Streifen wie ich? Äh, meine Streifen sind genauso schön wie deine. Außerdem hab ich mehr als du. Angeberin, du erträgst es einfach nicht, dass ich so großartige Streifen habe. Selbst auf alten Socken hab ich schon schönere Streifen gesehen. Wenn du glaubst, deine Streifen sind besser als meine, dann beweis es mir. Und wie soll ich das bitte beweisen, du Besserwisser? Äh, äh, also das sollen Penguala und Dragl entscheiden, wessen Streifen sind besser. Okay, Hatchimals, sieht so aus, als wäre es an der Zeit für einen Schönheitswettbewerb. Befragen wir die Passanten hier an der Lila Lagune. Entschuldigen Sie bitte, wessen Streifen sind besser? Ich hab Ihnen gesagt, dass es derjenige ist, dessen Streifen einfach besser riechen. Können Streifen überhaupt riechen? Meine schon, meine riechen nach Lakritze. Nein, nein, meine, meine riechen nach einem wunderbaren Regenbogen. Dann würde ich mal sagen, jetzt kommt es darauf an, welche Streifen wen schneller machen. Oh, meine Streifen sind Rennstreifen, seht her! Meine lassen mich super schnell laufen. Habt ihr gesehen? Seht nur! Und jetzt würde ich gern wissen, welche Streifen machen einen lauter... Siehst du, meine Streifen sind eindeutig die besseren. Nur weil du laut rumbrüllst, ist das noch lange nicht wahr, Tigret. Du willst also, dass ich brülle? Dann brüll ich eben. Ein Walbaby, es ist in Gefahr! Lass mich nur machen, du eigenartig Gestreifte! Ich rette das Baby! Nicht, wenn ich dich zuerst erwische, du möchte gern Gestreifter! Und so wurde Tigret und Z-Brush klar, dass es egal ist, wie man aussieht, denn viel wichtiger sind die inneren Werte! Wow! Die lila Lagune hat meine Farbe verändert! Meine auch! Jetzt sehen wir gleich aus! Jetzt sehen wir wirklich gleich aus! In dieser Farbe sehen deine Streifen fantastisch aus! Dir stehen die fliederfarbenen Streifen auch sehr gut, Tigret! Jetzt zeige ich euch mal, wie ich von innen aussehe! Und wer hat den Schönheitswettbewerb gewonnen? Ganz klar auf dem ersten Platz, Drago! Juhu! Gute Entscheidung! Juhu! 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 Vielen Dank.